GTA 5 Charakter-Tierliste. Also Amanda ist chillig. Dann haben wir Sanchez, äh, Schmutz. Brad würde ich auch auf chillig machen. Dann haben wir hier Chop, aber Chop ist auf jeden Fall King. Dave ist auch auf chillig. Denise, die konnte ich nie leiden, auf Schmutz. Devin Weston, der ist halt reich, ich würde sagen chillig. Dann haben wir Fabienne, ja, auch Schmutz. Floyd ist auf jeden Fall auch chillig. Franklin ist auch King. Jimmy ist ein Homie. Lamar ist auch ein Homie. Dann haben wir Leslo, den mochte ich auch nie, Schmutz. Martin Medraso ist eigentlich auch chillig. Michael ist ein absoluter King. Dann haben wir Molly, die ist auch Schmutz. Steve ist Schmutz. Tracy ist auf jeden Fall ein Homie. Dann haben wir Trevor, King ist er nicht, ich würde sagen Trevor ist ein Homie. Und dann haben wir noch Lester, dafür brauchen wir eigentlich eine neue Kategorie. Kategorie Kategorie